ich weiß gar nicht ob die brücke hier irgendein naja denke ich schon habe ich hast du daher kommst ja nicht aber da war doch was auf der seite ja doch dieser aussichtspunkt aber da kommt ja nicht hin oder wenn wir sehen da ist ja noch mal ein feuer kamen wir von da ich habe keine ahnung post so kurz aufwärmen besser ist das keine ahnung wo es jetzt hingeht und hier überall sein jetzt ja gut aber so weit so viel auswahlmöglichkeiten hast du nicht weil du kommst ja aufwandern da nicht mehr weiter ja schon aber das gibt ja hier rechts links raus überall geht ja hin so wölfchen ja gut da war ein licht aber das war es auch nicht dachte da wenigstens aber da ist noch was auch jetzt ist es wieder kalt da war zu erschaffen das bis dahin ja sollte gehen Komm schon, nur noch ein Stückchen. Oh mein Gott, schnell! Puhuah. Aber... So ein Weichei. Das war schon mal so ein Eifelwinter mitgemacht, dann weißt du, was kalt ist. Nö. Wah, nee. Ähm, ich weiß nicht, wo wir weiter müssen, darunter. Weiß nicht. Guck erstmal, ob du da irgendwoher kannst. Nee, ich glaub, das ist... Man kann hier entlang... Ob das richtig ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber man kann. Oh, da oben ist ja Licht. Links. Der da hinten ist auch irgendwas. Ui. Oh mein Gott, wo ist es? Oh scheiße. Scheiße. Äh... Du musst darunter wahrscheinlich, ne? Das befürchte ich. Oh Gott. Oh, vorsichtig. Es wird schon wieder kalt. Da unten ist. Ja, da unten ist. Wärme. Nee, scheiße, keine Dach. Da ist eine Hütte, immerhin. Aber... Kommen wir da auch rein? Ja. Oh, wie scheuer. Schnell erstmal aufwärmen. Ja. Boah. Okay. Okay. Ich kenne diesen Ort. Das ist Edgars Hütte. Aber was ist das für ein Ding? Eine Kugel. Gar kein Alien Cube. Das ist eine Alien Kugel. Hm. Vielleicht war das ein Romschiff. Wir haben Edgars Bewegungen genauestens beobachtet, bis er plötzlich verschwand. Es war uns möglich, ein Foto zu machen. Und als wir es uns genauer ansahen, bemerkten wir ein großes kugelförmiges Objekt, das direkt vor der Hütte war. Kurz darauf hat es sich aufgelöst und das umliegende Gebiet niedergebrannt. Wir haben unser Bestes gegeben, um das Feuer zu löschen, welches beinahe die Hütte vollständig zerstört hätte. Wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding war und wir haben Edgars seitdem nichts wiedergesehen. Ja, der hat da bestimmt mit verbrannt, ey. Oh Gott. Oh mein Gott. Pff. Komm, wir bleiben da einfach. Das sieht auch recht gemütlich aus. Ja, schon. Aber zwischendurch müssen wir auch etwas zu essen haben. Hm. Hm. Nein, war nicht so realistisch. Ja, echt, ey. Scheren. Wir haben Scheren. Ja. Also eine zumindest haben wir mal mitgenommen. Wofür auch immer. Ja. Ja. So, von da sind wir gekommen. Und hier geht es nicht so weiter, oder? Nee. Aber nur um die Hütte wieder drüben. Müssen wir also wieder zurück. Nee, das ist da doof. Dann gehe ich aber erst noch mal schnell was aufhören. Ja, okay. Dann sind wir noch einmal in die Hütte gelogen. Siehst du, da war nämlich schon wieder an. Äh, öh. Äh, öh. Oh oh oh! O $ $! Oh Scheiße... Nichts passiert. Gehn sie weiter. Hier. Oh Gott... da würde jetzt nicht überlaufen obwohl es ist ziemlich dick aus und schon aber ich halte mich mal ein bisschen am rand oder besser schon wieder anfrieren ja jetzt aber jetzt auch gar nicht sogar ja ist ja ein ding aber davon ist ja nicht mehr viel ruhig jetzt aber ich kümmern uns hier nicht auf der stadt zurück dabei untersuchen ich frage mich was etwas zugestoßen ist das feuer hat alles zerstört wenn das mal noch brennen würde das feuer wäre gut aber eben geht es gerade glaube ich nicht schlecht eine seite aus etwas tagebuch was war das dieses kugelförmige dingen schien wie von einer anderen welt nicht von menschen geschaffen sobald ich es berührte sah ich ein helles weißes licht die welt um mich herum begann sich zu kommen und zu verbieten und ich hatte angst unbeschreitliche angst wie ich sie noch nie zuvor verspürt hatte als es sich nur für einen moment so anfühlte als würde ich meinen körper verlassen geschrecken er war so stark dass mich meine sinne verließen als ich meine augen öffnete konnte ich nicht behaupten was ich sah ich war an einem ort an dem ich nie zuvor war gefangen in einem käfig zum glück habe ich es geschafft zu entkommen aber was war geschehen wo bin ich ich erinnere mich nicht an diesen ort muss hilfe finden von da unten kommt licht ist hier jemand bis zugefroren bloßen hin kann ich etwas aber doch irgendwas das doch was hast du deine karte im inventar gehabt die schere ist doch schon bekommen oder was soll mit durch nach so scheiße muss man um die hütte drumherum glaube ich vielleicht war jetzt direkt reingelaufen naja hier ist nichts ich sie in das singen ist da da ist wieder in irgendein steuer hört sich gut an ja doch hier sind wir richtig oh gott geh mal ganz oh gott ich habe noch eine tasche genommen oh gott oh gott was macht er da oh gott ich dachte du musst flüchten oder was hat ihm das angetan dort flüchten müssen wir gleich tatsächlich noch jetzt geht es hier nicht weiter ich dachte da wäre ein aufzug so gedacht die kiste springen ach hier geht es ja weiter ich habe nichts gesehen ich auch nicht guck erstmal rechts bei den kisten benutzen und da kann man wahrscheinlich rüberspringen oder auch nicht ich würde hier benutzen die leiter sich so benutzt ich komme schon leiter du willst es doch auch so gesehen abgeschlossen aber was ist da oben ich kann einige kerzen erkennen ich hatte keine ahnung dass hier unten was so eine riesige anlage ist eine so riesige anlage ist das korrekt übersetzen aber hier kann man nicht oh je ich dachte erst dass hier ist was drin ist ein bisschen aus wie ein alien mit tentakel ok da erscheint was drin zu sein da liegt wieder ein blatt papier zum lesen ich wollte erstmal mich vergewissern und hier ist es nicht tagebuch eines mitglieds der ordnung viele unserer früheren entdeckungen der äußeren welt waren verloren doch wir müssen dem orden und der priesterin unendlich dankbar für all die geheimnisse sein die sie an uns weitergegeben haben und welche wir nun bewahren unsere vorfahren haben gottes auge leider verloren wenn wir es nur zurück bekommen könnten würden all unsere fragen beantwortet werden über die über die kugel gottes auge oder ja immer noch das hammer damit kriegen wir zwischen die falltür auf ja ein altes bett was macht das hier ja ja sind nicht die einzigen fragen die ich habe hm geht nicht, wa? ne das heißt wir müssen zurückkriechen ja ne ne du musst die gleite aber da hoch hinter der da waren das gibt es keine eichhörnchen da unten ja das weiß man ja gar nicht das kannst du doch gar nicht wissen da kommt jetzt nicht wo du musst jetzt tatsächlich springen er hat bestand so weit vorne wir haben heute irgendwie nicht abspringen ich weiß nicht warum aber wir sind ja ahja, da hast du den Hammer, ok I have to have more aber wo ne, wir müssen nicht sein ne, dreh dich rum, dir ist da runter her da, geradeaus? ne, wir müssen doch nicht doch, wir müssen doch raus da haben wir doch jetzt noch am anderen ach, wir sind auch so, ach so, ach so, ich dachte wir wären woanders ich dachte wir wären schon wir wären schon in dem anderen Raum da drüben na gut oh Gott das war ein bisschen knappig bisschen langsam, langsam oh mein Gott ja, kaum Chance Anlauf zu nehmen, ja ja langsam und ducken stopp stopp ich sag noch stopp ja, aber viel zu spät das stimmt nicht ja doch, da konnte ich doch nicht reagieren, ist doch unmöglich ja was komm, du willst doch nur auf die Leiter benutzen Ja! Gib's doch einfach zu! Ist ja so! Mann! Ich komm nicht mehr hin! Die Störung ist aber noch ekelhafter. Ja! Ja, ist so! Drück's auf springen und... Der macht das einfach nicht! Äh, da wollte ich doch gleich hin! Ah! So, benutzen! Sie entwickelt einen Leiter-Fetisch! Ja! Äh, stopp! Oh, langsam! Ja, sagst du so! Und stopp! Ich hab keinen Ankoch! Okay! Ah! Langsam! Langsam! Spring langsam! Ja! Ja, warum machst du das nicht? Ah! So! Der sieht aus wie der Arzt aus, ähm... Futurama! Ja! Aber ich versteh nicht, was da steht! Ja! 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 Das war's jetzt! Dafür sind wir jetzt hier rüber, oder wat? Ja! Und jetzt? Fantastisch! Das ist wie hier auf der Kiste? Hä? Ähm... Und wir haben immer noch einen Hammer! Wo soll denn der Ausgang sein? Bin ich aber überfragt, ehrlich gesagt! Aber da kannst du auch nicht runter, das ist doch viel zu tief! Jetzt sind wir echt nur hier hin, um diese Seite zu sehen! Ich weiß es nicht! Ich auch nicht! Jetzt hätte ich nicht so ne Angst, hier abzustürzen, weil wir wahrscheinlich dann wieder... Wär wahrscheinlich der schnellste Weg zurückzukommen! Naja, aber wahrscheinlich müssen wir das da jetzt sehen, weißt du? Naja... Wahrscheinlich nicht, aber... Jetzt trotzdem wieder hoch! Hm... Jo! Ja! So, aber gesehen haben, was ja jetzt... Ja, aber wir sind noch wieder zurückgesetzt worden, oder? Jo! Ist doch nicht egal! Weiß ich nicht! Welche... Stopp mal! Stopp mal grad! Stopp mal grad! Stopp mal grad! Geh noch mal zurück! Und jetzt gehen wir, guck mal nach rechts! Kannst du da nicht auch noch her, oder ist da Wand? Ne, da ist Wand! Ne, da ist Wand! Klong! Du wolltest nur, dass ich mir den Kopf stoße, ja! Nein! Vielleicht können wir mit dem Hammer die Tür aufmachen? Das war ja eigentlich mein Gedanke! Verdammt! Scheiße! Die andere Tür bekamen wir aber damit auch nicht auf, ne? Im anderen Raum? Das weiß ich eben... Also da hinten nicht, aber... Okay! Was ist denn... Komme ich hier wieder hoch? Ja... Ah... Hier war doch irgendwas, was wir nicht aufgekriegt haben, oder? Wie war das? Kann sein... Keine Ahnung, wo wir jetzt grad sind... Jetzt muss da... Komme ich da her? Ja, da komm ich her... Die Falltür kamen wir nicht auf... Die Falltür... Ja... Oder kann ich hier mal hämmern? Kann ich hier mal hämmern? Hä? Ach da! Hä? Allgemeine Vorwirrung! Okay, da hinten ist die Falltür! So, genau! Ja... Jawoll, ja! Hm... Knarps! Endlich wieder benutzen! Haha! Sogar eine Leiter benutzen! Haha! Haha! Ja! Okay, das war's dann wohl mit dem Rückweg! Oh Scheiße! Aber wir haben immer noch einen Hammer! Ja! Also, kein Grund zur Panik! Haha! Ja, genau! Was soll schon passieren? Wir haben eine Hammer! Ja! Äh, genau! Was ist das für ein Ort? Wo ist der Onkel Edgar davon? Naja, wenn er in dieser Hütte gewohnt hat... Wäre es sehr komisch, wenn er die Falltür niemals entdeckt hätte! Ja! Sag ich jetzt mal so... Ja, genau! Oh! 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 Da ist wieder was! Oh! Eieiei! Da geht's ja richtig zur Sache! Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung! Alles begann damit, als Gottes Auge auf die Erde fiel. Wir erinnern uns daran, als das Ereignis... Die hohe Priesterin wurde von den Göttern aus erwählt, es mit eigenen Augen zu erleben. Und seitdem durchleben alle ihre Kinder diesen Moment in ihren Träumen, wenn sie bereit dazu sind, gerufen zu werden. Am Tag des Ereignisses war Gottes Auge jedoch nicht das Einzige, was erschienen ist. Aha! Ja, da kam noch einer und sagte... Hallo, ich bin Edger! Oh! Oder auch nicht! Äh... Kann ich diesen Schraub... Schraub zu haben, wollte ich mal sagen, aber nein, kann ich nicht haben. Nicht so dran, packt die Mieter! Bestimmt! Oh, da liegt schon wieder einer drunter! Oh Gott! Warum ich sehe eine Leiche! Stopp er noch die... Oh! Guck dir das mal an! Eieieiei! Was zur Hölle sind das für Dinge? Aber... Was ist das für ein Ort? Oh Gott! Ich sehe nichts. Wenn ich die sehe, gehe ich wollen lassen. Ja, geil! Die geht schon mal nicht. Schon mal auch nicht. Notizen eines Gefangenen. Ich schreibe diesen Bericht für den Fall, dass ich nicht überlebe. Mary, Brett und ich waren auf dem Weg nach Rock Valley, als wir an einer alten Tankstelle Halt machten. Plötzlich kamen einige Typen mit Kapuzen aus dem Wald und nahmen uns gefangen. Ja, der Kapuzentyp, der hat uns... Das war doch der, der hinter uns her gerannt ist, oder? Der hat doch auch eine Kapuze, ne? Ich weiß es nicht mehr. Auch gar nicht fragen, das hört mir keiner mehr zu. Ähm... Alles geschah so schnell, wir konnten nicht mal ihre Gesichter erkennen, da sie schreckliche Reptilienmasken trugen. Sie haben uns die Augen verbunden und in eine Art große unterirdische Anlage gesperrt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber hier scheint jede Menge Wasser zu sein und einige riesige Maschinen, die doch im Betrieb sind. Sie halten uns hier seit einigen Tagen fest. In getrennten Zellen. Aber heute ist irgendetwas mit Brett geschehen. Er muss irgendwas Schreckliches gesehen haben, er war völlig außer sich und schimpfte über monströse Kreaturen, unaussprechliche Abscheulichkeiten und über das Ende der Welt. Da müssen sie ihn mitgenommen haben, denn wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Das Leben noch gehört. Scheiße. Nein... Oh Gott. Äh... Oah, ich mag den Sound nicht. Klar nicht. Ich mag den Sound, aber... Ja ja schon aber irgendwie nicht. Noch eine Leiche. Sie ist noch warm. Ja, wir sind gleich auch noch warm, kurzfristig. Aber... Ich glaube, der Zumi hat Problems. Problems? Oder ist sie einfach normal ausdrücklich? Nee, nee, sie ist ja komplett raus. Ah, okay. Boah, das ist... Von da sind wir gekommen, glaube ich, oder? Ja, hier ist ja noch ein Tor. Aber das geht nicht auf. Scheiße. Oh, da kommen wir jetzt weiter. Da immer noch nicht. Okay. Dann ist das der Weg unseres Vertrauens. Wo ich ihm nicht vertraue. Ich auch nicht. Oh, er kätselt was. Schreibt uns Buch. Tja, mitten im Wasser hat er noch Zeit zu schreiben, ey. Die Kreaturen in den Wäldern, nee, das hatten wir ja. Die geheime Einrichtung. Was verbirgt dieser Ort sonst noch alles? Ich hatte ja keine Ahnung, dass sich unter der Hütte eine solche Einrichtung befindet. Aber wofür war sie gut? Ich kann nicht glauben, dass Großvater William Teil von all dem hier war. Und was ist mit Edgar geschehen? Was ich da auf dem Foto gesehen habe, war absolut bizarr. Da war dieser seltsame Gegenstand vor der Hütte an dem Tag, an dem er verschwand. Ich weiß nicht, woher ich die Stärke und den Mut nehmen soll, weiterzumachen. Dieser Ort stellt meinen Verstand auf eine harte Probe. Ich kann von Glück sagen, dass ich noch nicht geschnappt wurde. Ich bin mir sicher, dass ich hier nicht alleine bin. Ja gut, da bin ich mir auch sicher. Hm. Aber ich habe noch einen Hammer. Ich war ja der Hammer. Ja. Aber natürlich ist das zu. Ich wurde gerade nach vorne gespült. Ich kämpfe gerade gegen die Strömung. Ja, Papas. Machen wir den jetzt da raus. Oh. Tja. Ich habe keine Ahnung. Tja. Tja.